Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Das war's für heute. 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 Heute ist es wieder ein Musik. Mit unserem leicht geprächtlichen Fahrzeug mit den vielen Scheiben. Aber wir lieben es. Wir lieben solche Sachen, ja? Wir wollen heute ein bisschen Rock'n'Roll machen für euch, dass wir wieder weitermachen wollen mit Rock'n'Roll. Die Sache ist ganz einfach. Wir brauchen eure Zustimmung, wir wollen weiter. Ganz einfach. Der nächste Ziel heißt, alles falsch gemacht. Junge! 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 Ich bin schon gewohnt, vom Lauf dieser Zeit, der mir nichts mehr interessiert, außer meine Erfindlichkeit. Ich bin zufrieden im Sessel, wo ein Klaren Seher sitzt. Und die Welt da draußen ist für mich, nur noch ein Witz. Hab ich alles! Alles falsch gemacht! Alles! Alles falsch gemacht! Alles falsch gemacht! Alles falsch gemacht! Alles falsch gemacht! Alles richtigvs keto! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das nächste Lied ist der Tanon-Song von Lato Brecht und Mutweil, 1528. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein französisches Weilenbauernmesser. Ich möchte meine Rote Magen kaufen, die Schwarzschweiß sind. Ohne Spannung. Frankreich, Frankreich, gut. Die müssen aber den Rote Opi nennen, ja. Das ist ein französisches Weilenbauernmesser. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach, das geht auch weiter. Okay. Vielleicht die Antwort von Steinbrücken, ja? Trotzdem ist Steinbrücken auch okay. Okay. Wir müssen im Sommer einfach feiern, was soll die Scheiße hier, ja? Sonst... Hey! Raus aus der Stadt! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020